ARD Text im Auftrag des ZDF Und jetzt? Lass mal schlafen. Nee, komm, lass mal küssen. Echt jetzt, ja? Was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Auge passiert? So ein Typ auf dem Klassentreffen, der wollte irgendwie an dich halt nicht. Guck mal. Jetzt denken alle, ich hab den reingehauen, ne? Ja, da kommt noch Martin. Sehr guter Freund von mir und seit drei Jahren noch mein Schwager. Hallo. Janne? Ja? Wollen wir vielleicht jetzt mal ihn? Worüber willst du denn reden? Naja. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, jetzt musst du schon ein bisschen sagen, was du so brauchst oder was ich tun kann. Du bist ja süß. Kannst mir ja mal eine Tafel Schokolade vorbeibringen. Du kriegst den Griff, ja? Bis zum nächsten Mal.